So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein Video zu CSGO und zwar um einen extrem krassen Patch, der jetzt rausgekommen ist am 28.10. Bin auch schon nicht mehr ganz frisch dran. Crush hat mir vorher geschrieben und ich habe auch schon von Anomaly das Video gesehen. Werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung verlinken. Wie immer sehr gutes Video, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ich werde jetzt mal meine Meinung dazu geben und meinen Sinn dazu geben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Wenn ja oder wenn ihr es jetzt im Video seht, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet, was die Entwicklung davor ist und was ihr dazu zu sagen habt. Geht natürlich auch gerne einen Daumen hoch und folgt, passt kein Livestream auf twitch.tv. Hangemaul live. Link ist auch in der Videobeschreibung. So, aber jetzt geht es ins Einsgemachte. Counter-Strike bzw. Valve hat gesagt, wir machen ab jetzt alle in-game gekauften CSGO-Schlüssel sind nicht mehr handelbar. Auch nicht mehr verkaufbar. Das lassen wir jetzt mal kurz einen Moment sacken, was das überhaupt für einen Impact hat. Es ist ultrakrank in meinen Augen. Also, ich kann jetzt auch noch gar nicht so die ganzen Ausmaße, wo sich das hin entwickelt, können wir uns, glaube ich, noch nicht richtig ausmalen. Ihr kauft einen Schlüssel, wie schon immer, zum Beispiel in-game und könnt den nicht mehr handeln und nicht mehr verkaufen auf dem Steam-Markt. Ist schon krass auf jeden Fall. Also, hier könnt ihr auf jeden Fall noch die Dinger durchlesen. Der Schlüssel ist auch nicht günstiger geworden. Die gibt es hier ganz normal zu kaufen. Ich kaufe jetzt mal einen. 2,20 Euro. So, jetzt sehen wir hier. This item is not tradable and not marketable. After use, item received will have a trade restriction until 7. November. Was ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, was ich aber jetzt zum Glück, zum Glück Gegenspruch habe. Also, wenn ihr damit eine Kiste öffnet, ist dieses Item immer noch verkaufbar und auch noch tauschbar. Es hat eine Trade-Sperre, wie gehabt, eine Trade-Sperre. Aber, das habe ich mir schon überlegt, das wäre jetzt das Next Level, wenn alle damit geöffneten Kisten, die Items nicht mehr handelbar wären. Wie krank das wäre. Okay, aber es ist nicht so. Okay, wieder ein bisschen kalmen, ein bisschen abdampfen. Ihr könnt euch jetzt noch Kies im Markt kaufen. Die sind handelbar, auch wie gehabt, alle auf dem Community-Markt gekauften Schlüssel sind handelbar. Was jetzt natürlich generell den Markt komplett zerstört. Schlüssel in CSGO, wer mit Trading rummacht und alles, war die Währung Nummer 1. Die stabilste und sicherste Währung in CSGO waren die Schlüssel. Es gab jetzt ja schon bei dem Operation Hydra den einen Fall, dass die Schlüssel so extrem günstig geworden sind, weil es eben so viele Schlüssel gab und die Kisten immer weniger geworden sind. Das war schon so ein krasses News einfach, weil bisher die Schlüssel immer stabil und preissicher waren. Einfach jeder, der gehandelt hat, hat in Schlüssel gerechnet. Man hat ausgecached in Schlüssel, man hat Items gegen Keys getauscht, wie auch immer. Was das in dem Bereich von kranken Impact hat, ist, glaube ich, unvorstellbar. Das ist schon auf jeden Fall hart. Also es ist schon eine extrem kranke Entwicklung. Wir können uns jetzt mal kurz den Steam-Markt anschauen. So, hier können wir mal angucken. Ich habe nach billigstem Preis sortiert. Das heißt, der Operation Hydra-Schlüssel, der wo ja, glaube ich, auf welchen Preis war der, der ist schon wieder extrem gestiegen. Der war schon bei 1,30 Euro unten und ist jetzt schon wieder hoch auf 2,10 Euro. Ist schon krass auf jeden Fall. Hier gibt es noch 3.300 Stück auf dem Markt. Was jetzt natürlich heftig ist, also die Preise sind extremst gestiegen. Dann sieht man hier ab dem nächsten Prisma. 2,70, 2,80, 2,80, 2,85, Horizon Case. Gehen wir mal weiter. Gamma 2 hat es auch schon relativ wenig Stück. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil es sind ja wirklich, das sind die letzten Schlüssel auf dem Markt, die handelbar sind. Davon abgesehen, was in den Inventaren noch alles ist. Alle Schlüssel auch, die ihr im Inventar habt oder auf dem Markt sind, die werden dadurch nicht infektet. Nur alle neun Schlüssel haben eine Trade-Spann und können nicht mehr verkauft werden. Immer wenn ich es wieder sage, es ist heftig. Ich weiß nicht. Hier schon Vanguard, 3 Euro Breakout, 3,07 Euro. Operation Phoenix, 3,8, 3,15, 3,17, 4,51 die eSport-Schlüssel. Hier jetzt gar nicht mehr viele. 5,31 Euro ein CSGO-Schlüssel. Was sind das für Preise? Überleg mal, ihr habt keine Ahnung, ihr seid Trader, großer Trader, habt die Schlüssel rumliegen gehabt für 2,20 Euro, keine Ahnung wie viele, hunderte und verkauft die jetzt für den teureren Preis. Wartet vielleicht noch ein bisschen, die werden mit Sicherheit noch mehr steigen. Gehen dann auch mal wieder runter, weil dann einige Leute auch verkaufen werden. Aber auf lange Sicht weiß ich nicht, wo sich das hin entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt schon ein paar gekauft, sowohl noch relativ günstig waren. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich noch lohnt, für 5 Euro einzusteigen. Das ist ein Gamble, weil wir wissen nicht, wie sie das entwickelt, wie hoch gehen die Preise. Es ist unglaublich krass. Also was das jetzt für Nachfolgen mit sich zieht, muss man sich überlegen. Wenn man im Trading ist, die Werte sind jetzt komplett durcheinander gewürfelt. Man kann jetzt nicht mehr für Keys traden. Also CSGO hat wohl ein Statement gegeben, dass mit den Keys eben groß Unfug getrieben wurde. Da wurde dann keine Ahnung irgendwelche Kreditkarten gehackt. Davon wurden Schlüssel gekauft. Die wurden dann irgendwie ausgecashed, wie auch immer, oder getauscht. Oder dafür wurden Spiele gekauft. Was weiß ich. Da wurde irgendein Unfug damit getrieben. Anomalie hat mal so seine Vermutung dargestellt. Es gab jetzt zum Beispiel mal, war ich glaube in Venezuela, der Währungscrash, wo die Währungsrunde gegangen ist. Dann konnten die quasi für umgerechnet circa einen Euro sich Schlüssel im Steam in-Game kaufen für einen Euro und den dann eben für 2,30 oder eben für den normalen Preis 2,20 oder 2,30 auf dem Steam-Markt verkaufen. Und da ist innerhalb einem Tag, glaube ich, weit über 100.000 Schlüssel über den Ladentisch gegangen. Vielleicht ist sowas auch der Ausschlag, dass dafür gewaltfähig gesagt hat, okay, wow, da ist ihnen richtig viel Geld durch die Lappen gegangen. Wo ich mir aber im Gegenzug sage, keine Ahnung, ist denn wirklich so viel Geld durch die Lappen gegangen? Wenn man sich eh mal ausrechnet, wie viel Geld, weil man mit Steam und Counter-Strike generell macht, weiß ich nicht, ob die wegen sowas so einen Aufriss machen. Man kann im Next Level gehen. Ist es die Zerstörung vom Handel? Bricht der Wert von allem zusammen? Also ich weiß es nicht. Oder ist es langsam, geht es in die Richtung ganz weit hergeholt, Counter-Strike 2 oder weiß ich nicht. Und das wird hier so langsam, wird alles abgeschafft. Erstmal fangen wir mit den Schlüsseln an. Ich weiß nicht. Das ist jetzt Verschwörungstheorie Next Level auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall meine Kommentare, was ihr denkt oder was ihr vermutet, womit das zusammenhängt. Ich bin mega gespannt auf eure Kommentare. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alles gesagt habe, was ich dazu sagen wollte oder meine Meinung oder gibt da ja mit Sicherheit auch viele, die sagen, ich hatte mit dem Traden oder so generell noch nie groß was am Hut, mit Kisten öffnen auch nicht. Juckt mich eigentlich ein Koffer. Ist halt jetzt irgendwas, was so ist. Aber ich denke mal, wenn man im Trading ist und viel auch da rein investiert hat oder was das ist, dann hat es einen riesen Impact. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt über kurz und lang entwickelt. Die Preise hier. Wie gesagt, ich habe jetzt schon mal ein paar Schlüssel. Also das ist jetzt 50 CS20 Schlüssel und 50 Hydra Schlüssel. Ich gucke mal, wie sich die preislich entwickeln. Ich habe auch noch einige andere Kisten auf Lager, wo ich auch schon echt gut Plus gemacht habe. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da mal ein Video drüber. Und ansonsten bin ich gespannt auf eure Meinungen. Es ist heftig. Items not tradeable and not marketable. Es ist schon krass. Also es ist ein CSGO-Key. Wie gesagt, das war die Währung im CSGO-Handel für Echtgeld und Itemhandel schlechthin. Vielleicht kommt aus dem Schlüssel was Gutes raus. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten, für den Daumen hoch und könnt auch gerne im Livestream vorbeischauen. Scheiße kommt genauso raus, also von dem her bin ich gespannt auf eure Meinungen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.